Gedanken lesen. Wer würde nicht gerne die Gedanken von anderen lesen können? Wissen, was er oder sie über einen denkt, bevor man fragt, ob er oder sie mit einem ausgeht. Gedanken lesen. Ginge das überhaupt? So wie ich jetzt hier schreibe, diktiert mir meine innere Stimme die Worte, die ich tippe. Ich höre also quasi, was ich schreibe. Aber eben nur quasi, denn eigentlich höre ich nichts. Ich imaginiere nur die mir bekannte Stimme auf Gedanken, die ich habe. In Wahrheit wechseln nur einige elektronische Impulse in meinem Kopf von einer Gehirnzelle zur nächsten. Dass es sich bei den Wechselwirkungen in meinem Kopf um meine Gedanken handelt, weiß ich nur, weil es bisher immer meine Gedanken waren, die ich gedacht habe. Und dessen versichere ich mich beinahe fortwährend, immer wenn ich Aktion und Reaktion miteinander vergleiche. Denke ich also beispielsweise daran, dass ich mir in den Finger geschnitten habe, schaue ich auf meine Hand und sehe, dass ich blute. Super. Die Zusammenarbeit von Körper und Geist funktioniert. Bei mir zumindest. Und so wie ich bei meiner ersten Verletzung gelernt habe, wie es sich anfühlt, wenn ich mich verletzt habe und was dann passiert, habe ich alles gelernt. Ich laufe, lache und spreche und so weiter. Ich weiß also haargenau, wann ich was denke und unterbewusst weiß ich auch, warum. Denn ich denke, dass ich verliebt bin, weil mir, also mein Körper, plötzlich anders reagiert als sonst. Mein Blut pumpt schneller und mein Gesicht errötet beim Anblick des geschätzten Gegenübers. Was aber ist, wenn ich sehe, wie ein anderer rot wird? Ich weiß, dass, wenn ich rot werde, ich verlegen bin. Also adaptiere ich meine Gefühle, Instinkte und Erfahrungen auf das, was ich gerade sehe. Die Frage ist aber, darf ich das so einfach? Gewiss, das verbietet mir keiner. Aber in Bezug auf die Wahrheit kann man sich da gar nicht so sicher sein. Denn vielleicht erblickt die von mir angebetete Just in dem Moment, wo ich komme, eine Spinne. Bekommt Angst und errötet deshalb und nicht, weil ich sie anblicke. Weiß ich das? Aber gemäß dem Fall, ich könnte Gedanken lesen, könnte ich das doch, oder? Selbst da kommt es darauf an, ob in meinem Gehirn genauso und ich meine exakt so aufgebaut ist, wie das, das ich entschlüsseln möchte. Denn wenn ich Gedanken lesen könnte, sähe ich ja nur die Aktionspotenziale und wie sie zwischen den Neuronen springen. Ich würde keine fremde Stimme hören, die mir sagt, iiih, eine Spinne. Und selbst wenn ich diese hören würde, bräuchte ich immer noch mein eigenes Brain, um die Fakten eines fremden Geistes für mich zu verarbeiten. Es wäre also unmöglich, die Gedanken eines anderen zu lesen, ohne mein eigenes Gehirn zu gebrauchen. Wenn ich ausschließlich fremde Gedanken verarbeiten würde, vergesse ich ja, dass ich das denke, was der andere denkt. Und dann würde es mir ja nichts bringen, weil, wenn ich wieder meinen eigenen Geist benutzen würde, wäre ich ja wieder von dem anderen abgekoppelt und wüsste nicht mehr, was ich soeben gedacht habe. Ich wäre also im Moment des Gedankenlesens nicht mehr ich, sondern die Person, dessen Geist ich entschlüssele. Aber seien wir mal optimistisch. Gehen wir davon aus, wir könnten mit unserem Gehirn die Tätigkeit eines anderen entschlüsseln. Mit welcher Gewissheit wüssten wir dann, dass es nicht unsere Gedanken sind? Wir haben ja eben keine fremde Stimme, die uns den Unterschied der jeweiligen Gedanken verdeutlicht. Gut, ich schaue auf meine Hand und sehe, dass ich nicht blute, also werde ich es wohl nicht gewesen sein, der just an Schmerz dachte. Aber vielleicht denkt mein Gegenüber ja auch nur an einen Schmerz, ohne ihn zu haben, weil er sich an einen früheren Schmerz erinnert. Und wenn dem so ist, habe ich mich dann gerade erinnert oder derjenige, den ich gerade entschlüsseln möchte. Jeder von uns wird also durch seine eigene Geschichte zu sich selbst. Hegel, alles andere als ein Hegel, würde sogar sagen, es ist nicht unsere Materie, die uns zu uns selbst macht, sondern der Umstand unseres stetigen Wandels. Unser Selbst ist folglich nicht, wie in meinem Falle der 1,69 Meter kleine Mann mit dem lichter werdenden Haupthaar, sondern die Gesamtheit meiner ständigen Veränderung vom Wachsen der Haare oder Fußnägel bis zu dem der Zellen. Und unser Geist ist einer der Motoren für diesen Wandel. Um in dem Bild zu bleiben, kann ich also erkennen, wohin der Wagen fährt, wenn ich den Motor und nur ihn vor meinem inneren Auge habe? Sollten Sie jetzt denken, aber ich sehe doch denjenigen, dessen Gedanken ich lese, frage ich. Mit welcher Sicherheit wissen Sie, mit welchen Augen Sie gerade sehen? Wenn wir nun wissen, dass unser ganzes Leben, alle unsere Erfahrungen, den Geist gebaut haben, den wir täglich nutzen und ohne ihn keine fremden Gedanken entschlüsseln könnten, was sollten wir dann, wenn die Gedanken des Anderen zudem nicht durch eine fremde Stimme differenziert würden, mit all dem Wissen anfangen? Mal ganz davon abgesehen, dass wir uns vom Gedanken lesen, eigentlich erhoffen, Pläne zu entschlüsseln. Wer sagt uns erstens, wo sich die Pläne im Geist versteckt haben und zweitens wie? Und zur Liebe? Ist nicht das Schönste an ihr, den Anderen im Laufe der Zeit immer besser kennenzulernen, seine geheimen Wünsche und Bedürfnisse zu entschlüsseln, ohne vorher seine Gedanken zu lesen? Ach ja, wer genau zuhört und das Objekt der Begierde detailverliebt beobachtet, kann das, was der Andere denkt, oft auch nur mit der Benutzung des eigenen Geistes erfahren.